und damit begrüße ich euch im neuen jahr 2017 wieder mal zu minecraft ihr ja gesehen habt am 31 haben wir hier ein mächtiges feuerwerk abgehen lassen ich bin jetzt natürlich in der bescheißer welt es muss ja auch wieder aufgeräumt werden was ich bloß mit gesehen was ich bei dem bei dem feuerwerk gar nicht so mitgekriegt habe ist dass das feuerwerk ja eigentlich alles fast nur in weiß oder hellblau zu sehen war komischerweise hatte emmy wirklich ziemlich verschiedene farben gemacht ich kann euch das ja mal zeigen hier zum beispiel diese rakete die hatte sie auch gemacht die ist zum beispiel rot und die war da unten definitiv mit drin keine ahnung warum das vielleicht lag über den schildermott wegen der nacht oder an der textur der textur kann ja auch nicht liegen das ist schön rot ist naja gut ich würde sagen ach so ich bin runtergefahren so ich würde sagen wir müssen hier natürlich wieder aufräumen worüber könnten wir denn in der zeit reden zum beispiel wie habt ihr silvester verlegt erzählt doch mal oder schreibt das doch mal in die kommentare was wirklich mal interessiert also ich war mit meinem tscheting mal ganz kurz dadurch funktionieren okay dann kann ich euch hier mal ganz kurz zeigen wie das hier funktioniert hat ich meine die richtigen minecraft bauern werden natürlich wissen wie das hier funktioniert aber das ist hier der fußbohr ja das war der fußbohr okay du kannst drinnen bleiben du verkammelst ja irgendwann erst mal kopieren da eine rein so 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 da ging der strom hier hinten rum so diese schaltung mache ich ja hier mal an aus ne ja genau der macht aber ganz schnell an aus deswegen kriegen die hier oben die die spender oder die werfer kriegen dann immer ein signal an aus an aus weil die nur sozusagen einmal was raus werfen wer ist das gar nicht aber jetzt die rakete hier reinsetzt wird der moment machen wir machen ach quatsch jetzt ist es raus ich werde geschossen ist die rakete weg scheiße steuerte behalten so gut dann werden wir hier mal wieder alles schön zu machen ja ja habt ihr geld für feuerwerk ausgegeben wenn ja wie viel sowas würde mich auch mal interessieren also ich sag ganz ehrlich ich habe kein geld ausgegeben ich habe auch noch nie geld zu geben für silvester knall ja ich habe auch noch nicht so gut ja ich finde das eigentlich naja ich sag mal es gibt ja genug ey ich sag mal wieso ist denn das ganze wieso ist denn das hier andauert weg äh es gibt ja genug leute die äh geld dafür ausgeben ich gebe ungern Geld für so ein quatsch aus dann kaufe ich mir lieber ein neues mikrofon hier so du kannst auch wieder weg äh ja habt ihr geld ausgegeben dafür wie viel schreibt mir das mal das würde mich mal interessieren so dann wollen wir hier mal die ganze kacke wieder abreißen weil ich reiß das ganz gerne ab weil ach ja hier waren auch noch welche in der mitte vom park werdet ihr ja gleich sehen von oben also ich reiß das hier alles wieder vernünftig zu also ich mach das hier alles vernünftig zu weil es kann ja mal sein dass ich hier auch im survivor mode spiel und ihr wisst ja selber jedes loch kann was spawnen und dann hat mich hier unten ewig zu hören und das will ich nicht das helft mich gut dann würde ich sagen weil das ja bestimmt nicht so interessant ist mache ich das denn im schnelldurchgang gut dann sprechen wir uns gleich wieder bis gleich und ja Bis zum nächsten Mal. 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 Dann machen wir jetzt hier noch fix die Dinger hier raus. Ich würde sagen, das Happy 2017 lassen wir erstmal noch. Das sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus. Ach, hier sind die auch noch welche. Hier, das waren die hier, die in der Mitte waren, die ich wirklich bezeichnete. Ach, da habe ich die Rakete ja noch. Hä? Ach ne, das ist ein Restrundverkehr. Aber ich dachte schon. So, das müsste alles. So, das müsste alles gewesen sein, ne? Oder habe ich noch was übersehen? Na ja, werden wir ja dann den nächsten Mal sehen. So, jetzt können wir uns jetzt ja nochmal angucken hier. Happy 2017. Ja, ich würde sagen, so lasse ich das. Ach so, jetzt muss ich hier das Loch hier an der Wand noch zumachen fix. Dann haben wir hier... Vielleicht hätte ich das auch alles lassen sollen für nächstes Jahr. So, war das richtig so? Ne, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ach, das Dach fehlt hier noch. Bum, bum, so, ne? Ach ne, warte mal, das wollten wir ja auflassen. Wegen dem Licht hier. So. Gott, jetzt sieht es wieder gleichmäßig aus. Judy. Ja, eigentlich wollte ja Amy hier mal ihre Schule endlich weitermachen. Aber na ja. Ja, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich in der Folge, in der einen Folge... Ach ja, das war ja die Silvester... So, du Fledermaus hier. Weil wir ja das gesehen haben, haben wir hier alles voller Creeper gehabt. Deswegen haben wir hier... Hä? Wo ist das Vieh? Na ja, egal. Ähm... Ja, deswegen haben wir alles voller Fackeln erstmal gehängt. Ja, hier hat sich weiter auch noch nichts getan. Ähm... Ähm... Okay. Indirekte Beleuchtung. Oh, hier geht es ja hoch. Ach so, deswegen den Bücherregal. Ah, cool. Judy. Hallöchen. Hallöchen. Hast du keine Angst? Du brauchst doch keine Angst haben, Jogen. Hm? Du? Ich würde sagen, wir verpieseln uns wieder in die Survivor-Welt. Da hatten wir ja auch noch einiges vor. Zack. 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 so eigentlich habe ich ja bis jetzt noch die monster aussehen ob hier unten wieder was los ist naja so wie es aussieht ist hier nichts los ja was ich mir auf jeden fall vorgenommen habe ist das ist ich werde hier ein weder bodel ich hier einen tunnel durch oder ich werde mir einen sicheren einen sicheren gang bauen ach ich wollte doch mein zeug erstmal loswerden ok es wird gleich morgens so wie es aussieht oder ja es wird morgens ok ist hier irgendwas wichtiges bei ja gut einiges ist ja völlig egal wir vernichten erstmal alles so haben wir hier noch was drin gut ich hätte auch gleich nicht vernichten den gesetzen können aber ist egal so dann fliegen wir fix ihre zurück und geben den befehl wieder ein weil wir wollen hier nicht bescheißen ich glaube null war gut die monster ist ja so klein moment wir machen es auch einfach das reicht ja wie ihr seht wird ja auch hier die stadt immer größer oder wie ihr das ja auch bereits mitbekommen habt wenn ihr ordnungsgemäß meine folgen verfolgt hier meine meine folgen verfolgt im auslag so ich werde mir erstmal schnell meinen zeug wiederholen ich glaube dafür werde ich mir oben eine kiste anlegen ich vertraue diesen leuten ja nicht die hier mittlerweile in meinem keller rumlaufen naja das habt ihr ja auch wunderbar hierhin gebaut jungs und mädels die stellen wir mal ausnahmsweise können wir die hier hinstellen ja ich denke mal ein ofen reicht erstmal so dann holen wir dass man das alles wieder halt hier geht erstmal hoch weil wir wollen das ja alles in die richtigen hä wieso macht er das so rum was soll denn die kacke ich habe ich zwei schwerte ach ja irgendwie hatte mir ja noch eins gemacht die tür oder meine orten bräuchte eine schaufel ich weiß ja gar nicht dass die stick ist nämlich auch mal mit ok ich würde sagen wir nehmen erst mal stein mit wie sau dass wir uns da in der automatischen stufen brauche ich nicht so dann bauen wir uns mal einen schönen durchgang dass wir dann hier auch mal survivor mode mal sicher durch hallo was mich raus hier ob ich ein schafel reingenommen tatsache gut dann werde ich mal anfangen hier das war alles ein bisschen sicher zu machen tja wie hoch mache ich denn das ich denke mal so hoch reicht ne ja das reicht ein über im portal wie mache ich das hier mache ich das lasse ich den zaun hier ich hoffe ihr seht noch genug ach scheiße ich glaube ich gehe mal zurück ich werde mal den shadermod ausschalten wenn ich hier unten bin also der shadermod der ist zwar schön aber da unten ist der weiß ich nicht oder ich habe hier was verkehrt eingeschaltet gut dauert das einen kleinen anblick wisst ihr ja ich habe hier oben oder ich habe hier oben aber da unten in die